Hallo Mbrez, Mamo Gamma Falle, Mable Espanol und Segundo Como I Estas So, herzlich willkommen zum zweiten Stream-Ersatz-Video Ähm, ich weiß nicht, wie viele Videos den Tag oder wie viele Tage das Video ich produzieren werde Ähm, schade, er hat's geschafft, aber gut, er wird jetzt nicht gequatscht Ähm, so, ich weiß noch nicht, wie viele ich hinbekomme, ich werde halt mal immer so zwischendurch was machen Okay, die Combo ist ganz schnieke Ja, also, ne Okay, ich Nee, das erzähle ich lieber mal in einem richtigen Stream Nee, mir ist gerade was auch heute aus der Schule eingefallen Boah, das war auch geil Ähm, wie sie Sprüche heute gerne bei den Nischen, die waren so lustig Ähm, ja Und der war scheiße, das ist so By the way, ihr könnt auch mal gerne mal eine Leistung auschecken Ja, gut, der Typ ist jetzt schon sehr schwer, den Typ um zu klatschen Wacht, wacht, wacht Bura, was hat der jetzt für eine Mission? Naja, auf jeden Fall, ähm Ja, du hast bei diesem Du hast bei dem von diesem bisschen verloren, ne So ein bisschen, ne Und er kommt jetzt Hand, um mich mit dem Bogen zu spammen, der keinen Damage macht Bura, das ist sehr gut Trotz an dich Okay, warte mal, ich stelle mich mal hin Bura, Genius Oh, er geht auf mich drauf Vielleicht erwartet er das Bura Bura Junge, bist du scheiße Oh, ich glaube, da will jemand einen Oh, okay, dann würde ich mal sagen Ziehen wir den jetzt mal als letzten Gegner Ja Ja, sehr schön Ich weiß eigentlich, ob es stinkt eigentlich Aber Junge, ich krieg jetzt schon wieder ein Camp Und ja, perfekt mit dem Wasser einmal hitten Hatte, soll immer gut sein Aber, okay Wir sehen uns dann wieder, wenn ich gekopst habe Oh, der Typ ist geliebt Der ist nicht mehr online Ja gut, dann muss ich gleich wohl ganz klar Die Aufnahme als Report anreichen Das sehe ich nicht ein Dass der mich jetzt gerade beleidigt hat Ich finde es halt geil, Digga Ich habe den gezogen und der beleidigt mich einfach dafür Ehrenmann Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt am besten nochmal kopfe Und jetzt muss ich den ganz kurz nochmal ziehen Irgendwie kann ich besser strafen mit Watt auf sein Aber egal Jo Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ultra über like, commi, abo Etc freuen Bis dahin, ciao